Hi, ich bin Jonas Wendt, Top-Fitter, Top-Stürmer von der Sportverein Heports und ich stelle euch jetzt mal einen kleinen Teil meiner Tätowierung vor. Ich bin dazu gezwungen worden. Also ich fange hier an. Hier ist ein Songtext von meiner Lieblingsband Guns N' Roses. Ja, dass die Freunde, die ich habe, dass sie sich auf mich verlassen können, egal in welcher Lebenslage und was auch angibt. Dann habe ich hier das Geburtstag von meiner geliebten Mutter, der 16. Februar. Dann habe ich hier auf den Fingern, stay true, dass man sich treu bleiben soll, egal was ist, egal wer dir was sagt. Ja, und dann habe ich hier noch meine drei Buchstaben. Ich habe zwar mehrere Schwestern, aber das steht für meine Mutter, das steht für meinen Vater und das steht für meine Lieblingsschwester. Die anderen kann ich nicht so leiden, aber... Ja, aber hier habe ich noch von meinen... Das waren so die ersten Tattoos, was ich heute noch mal so machen würde, weiß ich nicht. Das ist von Guns N' Roses das Cover, das erste Albumtitel. Ja, hier habe ich meinen Nachnamen, da fand ich mich selber mal ganz toll. Ja, und das sollte auch erstmal reichen für den Anfang.